Herzlich Willkommen zu Sinesuiss, eurem Film- und Serienpodcast auf Schweizerdeutsch ohne Bierdosengerüst. Oder habe ich jetzt falsch gelöst? Ah, jetzt ist es ja. Ah, okay. Du wolltest fluchen. Es ist ein Zapf verzogen worden. Keine Dose geöffnet worden. Einmal mehr aus unserem jeweiligen Homeoffice, aus Quarantänegründen, wie man es so lange sagt. Da sind wir, wie immer dabei, der Spike. Hallo zusammen. Will. Zusammen hoi. Und ich bin der Alex. Und wir haben heute wieder einmal die grosse Ehre, eure Hausaufgaben zu besprechen. Wir den ja von Zeit zu Zeit in den sozialen Medien aufrufen, unsere Söhne zu und als Zwischendrüber aus, was für Filme wir für eine Hausaufgaben-Folge besprechen sollen. Eigentlich, wie wir es ganz früher noch gemacht haben, wo wir uns gegenseitige Filme gegeben haben, um zu schauen und zu besprechen. Wir haben es jetzt so, wir lassen euch entscheiden. Dann lasst man die Filme alle auf, dann kann man abstimmen. Und gewonnen haben die drei Filme, die wir heute nennen. Ihr habt vielleicht sogar schon abgestimmt für die nächsten Filme. Das machen wir normalerweise dann eigentlich gerade vorzu. Aber heute haben wir drei sehr, sehr, sehr unterschiedliche Filme aus komplett unterschiedlichen Genres. Und eigentlich alle, zumindest dieses Mal hat sich kein absoluter Trash-Film reingeschlichen. Oder vom Ruf her ein Trash-Film. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Und auch vor drei mehr oder weniger sehr bekannten Regisseuren. Von extrem bekannt bis zum Aufsteigen des Jahresregisseurs. Also wirklich eine wilde Mixtur. Jetzt aber ganz grundsätzlich, bevor wir in die einzelnen Filme reingehen, wie haben wir das Wort genommen? Hat es Spaß gemacht, diese drei Filme zu schauen? Also wesentlich mehr als beim letzten Mal. Stimmt, du hast mir letzte Woche in Bech gehabt, gell? Du hast, glaube ich, alles scheisse überwärtet das letzte Mal, oder? Ja, ich glaube, so ziemlich zu meinten. Ich glaube, einen habe ich gut gefunden und der Rest, ich weiss es nicht mehr. Ich habe ihn verdrängt. Wie ist dir gegangen, Hill? Also ich meine, es war interessant, ich meine, auch Spass. Zum Teil, ein Film ist halt, wenn man dann schaut, man hat Spass daran, dann stimmt glaube ich was nicht. Was? Weisst du, welcher du meinst? Was? Ja, ja. Also nicht auf das Negative gezogen. Aber von der Thematik und alles. Ach, im Ganzen sind es, ich sage mal, drei Filme, wo man sich nicht klagen kann, wenn man die muss schauen. Das kann man schon sagen. Finde ich auch. Ich fand ja, die drei, tatsächlich Zufall, das ist, glaube ich, das erste Mal, seit wir das so machen, alle drei schon gesehen haben, zum Teil auch mehrmals vorher. Wie ist es euch gegangen? Haben die ein Neues entdeckt oder habt ihr die drei auch schon gekannt? Nein, ich habe nur einen von denen gekannt. Die anderen beiden sind neusichtig. Und den einen habe ich schon saulang offen empfällig von dir, Alex, auf der Liste, den ich unbedingt habe wollen. Darum habe ich mich speziell auf den einen sehr gefreut. Cool. Bei dir, Hill? Auch, also, kennen, den gar nicht gekannt und auch auf der Liste gehabt und so, ich sage es mal, gekannt von langer Zeit, aber wirklich so, dass ich gefunden habe, also ich wüsste es nicht mehr genau, wie noch gelaufen ist, was du siehst, aber schon gekannt in dem Sinn, ich habe mal Glück gehabt. Cool. Ja. Cool. Ja, sehr gut. Also, wenn ich auch kein Geheimnis raus mache, ich meine, ihr, oder jetzt dort los, ihr habt ja schon gelesen, oben beim Titel, was für Filme es sind. Wir reden heute über Mars Attacks, Bring It Out The Dead und Get Out. Und ich würde sagen, wir gehen nach dem Erscheinungsdatum. Und Mars Attacks ist, glaube ich, der älteste Film, wenn wir komplett ihr. Ist so, ja. Spike, legen wir los. Bring mal noch Hard Facts zum Film, wie unsere Meinung kundtieren. Ja, Mars Attacks, ich glaube, so viel muss man dazu nicht mehr sagen, weil ich glaube, den kennen jetzt wirklich recht viele Leute. Es ist ein Tim-Burton-Film, immer ein bisschen in einem sehr speziellen Stil, der nimmt sich am meisten ein bisschen ein Thema vor und tut es dann ein bisschen in seinem eigenen Stil interpretieren. Hier geht es natürlich um Alien-Invasionsthemen, was sehr stark angelehnt an die B-Movies aus den 50er-Jahren, also wirklich, da haben wir richtig mit den Fliegenden untertassen und allem. Ja, 1996 rausgekommen und der Film hat natürlich Ancasts drin, was du zu dieser Zeit einfach gerade verwischt hast. Das Gefühl spielt jeden mal irgendwo mit. Also, da hast du Leute drin wie einen Jack Nicholson in einer Doppelrolle, der ja nicht einmal das Dreibuch gelesen hat, sondern er hat einfach so Spaß gehabt mit dem Tim Burton beim ersten Batman mitspielen, dass er gefunden hat, es ist mir scheissegal, ich will einfach wieder mit ihm arbeiten. Und er hat nicht mehr das Dreibuch gelesen. Ja, das habe ich auch erst jetzt so mitbekommen. Hey, und sonst ein Pierce Brosnan, ein Danny DeVito, der ja auch immer sehr cool mit dem Jack Nicholson zusammenpasst. Leider hatten sie keine Szene miteinander. Da habe ich extrem schade gewonnen, weil die beiden Filme harmonieren wahnsinnig gut miteinander. Sarah Jessica Parker, Annette Bening, Glenn Close, Martin Short, Michael J. Fox, Tom Jones als er selber, Natalie Portman, Jim Brown, Pam Greer, wahnsinnig beschissene Jack Black. Dann, was ich nicht gewusst habe, also Tim Burton ist ja dafür bekannt, dass er sehr, sehr oft die gleichen Schauspieler in seinen Filmcasten tut. Da wundert es einen natürlich, dass Johnny Depp nicht mit dabei ist. Ich weiss es jetzt nicht, das habe ich jetzt so nicht herausgefunden. Und vielleicht hat er auch einfach Zeit gehabt, weil sie vermutlich hat er derzeit irgendwie, ich weiss es auch nicht, Flucht der Karibik oder irgendetwas dreht, könnte man sie von der Vorbereitung haben und dann hast du halt nicht noch Zeit für ein zweites Großprojekt. Aber die Lisa Marie, die habe ich nicht gedacht, aber man hat irgendwie, das kommt mir bekannt von, also die, die, die masianische Infiltratorin, mit dem sehr, sehr speziellen Look, mit der riesen Frisur, die ja auch auf dem Titelbild riesengroß ist von dem Film. Dann habe ich gedacht, ich kenne ja die, aber ich musste nachlesen, die war, die Vampyra gespielt hat in Ed Wood, die zwei Jahre vorher rausgekommen ist von Tim Burton. Yes, correct. Ja, das vergiss ich halt irgendwie nicht mehr. Dann natürlich, wer hat echt Musik gemacht? Ganz klar, Danny Elfman. Klar. Natürlich. Über Danny Elfman muss ich glaube, mittlerweile wirklich nichts allzu viel zu sagen. Er hat praktisch bei jedem, oder bei den meisten Tim Burton-Filmen Musik gemacht. Auch sonst noch ganz, ganz viele Sachen. Leute, googelt einfach einmal, wenn ihr Bock habt. Weil, er wird so viele Sachen finden, die er kennt, aber auch so viele Sachen, die er nicht kennt von ihm. Ich bin mittlerweile recht Fan von seiner alten Band, die er hatte, bevor er Filmmusikern gemacht hat. Ich weiss immer noch nicht mehr, wie man den Bandnamen richtig ausspricht. Ich schätze immer noch, es ist Oingo Boingos, aber du, keine Ahnung. Ist auch mal eine recht geile, sehr abgefahrene Band. Kann ich auch sehr empfehlen, mal reizuhören. In der Kamera, da sucht sich ja Tim Burton auch meistens immer recht versierte Leute aus. Diesmal ist es Peter Sushitsky gewesen. Also für dich, Alex, mein komisches Nämlich. Der hat auch Kamera bedient bei Sachen wie Naked Lunch, aber auch bei History of Violence, Eastern Promises zum Beispiel. Also einfach bei den Kronenberg-Filmen. Ja, aber also Red Planet, den Mann in der Eisenen Maske, hat auch er gemacht. Crash, ja, eben sind wir wieder bei Kronenberg, klar. Ja, wunderbar. Krall hat er auch noch gemacht und Artin, das MPM schlägt zurück, ist auch er gewesen. Die Rocky Horror Picture Show, ist auch er gewesen. Da sehe ich jetzt natürlich nicht raus, ob er Hauptkamera-Mann war oder einfach einer von der Kameramann in Amerika. Ja, aber ja, würde ich sagen, das spricht doch durchaus für das Talent von diesem Mann. Jetzt eine Story. Von Masatex. Also, das schaffst du in einem, so. Genau, ich will sagen. Ja. Und, äh, Menschheit ist, ähm, also, Menschheit, Menschheit besteht ja praktisch nur aus Amerikanern. Das ist einmal die Einzigen, was ich etwas dabei überlege und sofort fühlen sie sich angesprochen. Ja, ist ja logisch, äh, die Aliens, oder die Marsianer kommen ja auf die Erde, zum NUR mit den Amis quatschen. Der Rest ist ja erst mal eskaliert, ja. Ja. Ähm, was natürlich auch, eben, die Burden hat sehr, sehr viel Satire mit hineingebracht. Auch, äh, dumme Gedanken, die Menschen können haben, Ignoranz, die Menschen können haben. Gutgläubigkeit, die schön wäre in dem Fall, aber zu nichts führt. Ja. Und das Ganze mit einem sehr, sehr überträgten Humor. Ich würde sogar fast behaupten, es ist schlussendlich vermutlich der witzigste Film, den ich von Tim Burton kenne. Weil, wirklich, es ist eine absolute Klamauker-Komödie. Oder seht ihr das anders? Ja. Ob es der witzigste ist, wüsste ich jetzt gar nicht. Das ist eine schwierige Sache, aber Klamauker ist es. Es ist ein Satieren halt, ja. Ja, genau. Ja, es ist eigentlich fast schon ein Spoof auf die alten, eben, fliegende Untertassen-Filme, ja. Es hat schon was. Klar. Hm. Was ist der lustigste? I don't know. Schwierig. Also, ja, klar. Ich meine, Beatles Schuss finde ich auch mega lustig. Ich habe jetzt halt, ehrlich gesagt, an dem Umstieg, ich glaube, ich finde Beatles Schuss noch... Aber es ist halt eine klassischere Komödie, Ejo. Ja, genau. Und das ist das für nichts. Beatles Schuss ist, glaube ich, sogar fast ungewollt sauwitzig. Ich glaube, sie haben... Nicht mit allem, welcher witzig sie, aber es ist einfach so witzig übrig am Schluss. Was natürlich vor allem an einem eigentlichen Keiten gelegen hat, wo einfach... Gott ist in dieser Rolle. Also, sorry. Yes. Einfach so. Und sie auch wieder spielt. Es kommt ja in der zweiten Teil. Ich habe so Angst davor. Irgendwie, ja. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, nein. Irgendwie habe ich das Gefühl, das könnte schon funktionieren. Es ist ja praktisch komplett original... Also nicht ganz, aber viele vom Originalkast sind zurück. Ja, ja. Und ein paar neue Leute, die ich finde, passt perfekt. Wie auch Jenna Ortega. Natürlich. Ja, eben. Also, es ist ja gut. Es gibt ja Zufall irgendwie, gell? Nein. Hey. Ja. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Mhm. Jo. Hey. Wie finden wir denn Massentext insgesamt? Erzähl dir mal. Ich habe jetzt mal so das erste bisschen zusammengefasst. Wann habt ihr den Film das erste Mal gesehen? Gerade, wo er rausgekommen ist? Erst ein bisschen später? Auf einer DVD, auf einer Blu-Ray? Irgendwo in der Glotze? Erzähl dir mal. Ich komme jetzt nicht gerade. Ich habe ihn recht früh gesehen. Aber nicht im Kino. Ich weiss ja, ob ich das dann mal auf der Tele-Club gesehen habe. Damals. Wo dann halt immer vor der Fernsehveröffentlichung, der ja dann vorher gekommen ist. Mhm. Irgendwie dort. Also ich muss sagen, ich habe am Anfang weniger witzig gefunden wie jetzt irgendwie erst so in den letzten Jahren, wo ich dann mal wieder gelügt habe. Mhm. Weil ich glaube einfach damals auch die Gags nicht verstanden habe oder auch nicht auf die gelügt habe. Und da habe ich erst mit den Jahren einfach, wo ich dann mal gelügt habe, auch wie erst gemerkt habe. Also wirklich wegen so Hintergrundsachen, wo du eigentlich beim ersten Mal auch gar nicht so realisierst, was so passiert ist. Weil es sind so viele versteckte Sachen, Gags und Dinge so. Zum Teil auch, wenn du mal ein bisschen los bist, so oder ein bisschen über den Film, und du merkst so, ah, wegen Dämon-Seil. Und dann irgendwie, dass nochmal der Humor auch noch mehr kommt. Ähm, wie ich sage, aber wenn es das erste Mal, ich weiss es gar nicht. Aber recht früh, ich habe vor der zweiten Ausgabe. Mhm. Ich überlege auch gerade, ich habe mir das wirklich jetzt auch überlegt, ich würde jetzt auch sagen, das ist bei mir so Videothekenzeit gewesen, wie ich das gesehen habe. Aber ich glaube, ich will es nicht beschreiben, aber ich glaube nicht, dass ich es im Kino gesehen habe. Könnte zwar, irgendwie habe ich schon so eine Erinnerung, aber eben, ich bin doch schon ein paar Mal im Kino gesehen, und wieder verzeihen, wo wenn ich nicht mehr bei allen 100% sicher bin. Und manchmal brauche ich dann wie so ein spezielles Ereignis noch dazu, dass ich mir das merken kann, dass es im Kino gewesen ist. Mhm. Ähm, hey, aber, ich habe eigentlich von Anfang an eigentlich den richtig cool gefunden. Aber aus mehreren Sachen, ich bin halt wirklich, in der Zeit bin ich schon ein kleiner Tim Burton-Fanboy gewesen. Ich würde sagen, so neben Spielberg natürlich, ist das zu dem Zeitpunkt, so Mitte, Ende 90, ist das immer noch einer meiner Lieblingsregisseure gewesen. Ähm, denen halt ein riesen, riesen Jack Nicholson-Fan, immer noch. Ähm, ich liebe ihn einfach in fucking jedem Film eigentlich. Ähm, und von diesem war für mich ein No-Brainer gewesen, den Film, oder, wo der herausschonig ist. Und ich hatte auch wirklich den Look von den Aliens, oder, und ihrem mit dem Reden oder so. Das fand ich einfach so geil. Ich fand es geil, dass Sarah Jessica Park, wenn ich einfach auf der Tod nicht rausstehe, dass sie ihren Kopf, dass sie geköpft wird. Das wäre super. Weisst du, wie sie darauf gekommen sind? Auf das EGG, also auf deinen Spruch? Ja, ich hätte schon eine Idee, aber das ist wahrscheinlich falsch. Erzähl. Sie haben am Anfang nicht gewusst, wie sollen sie reden? Und haben einfach dann im Dreibüch EGG, EGG, EGG reingeschrieben. Ach, komm jetzt. Wir halten das halt so frei, weisst du nicht was. Und irgendwann hat sich das geblieben und haben einfach angefangen, okay, die reden es auch oder so. Wie geil ist das denn? Das ist ja mega witzig. Ab und zu ist der erste Einfall der beste. Wieso, für so etwas kompliziertes machen. Ja. Cool. Nein, habe ich nicht gewusst. Ich habe, glaube ich, das erste Mal auch irgendwo so Ende 90er, glaube ich, mit der Glotze Teilweise gesehen. Das ist eigentlich so, wo ich dann relativ früh auf Video aufgenommen habe und dann durch das dann immer mal wieder geschaut habe. Mhm. Also es ist bei mir so einer, den ich durch TV kennengelernt habe. Passt ja auch, weil das ist ja, der kommt ja immer zur Zeit, wo du dann einiges Mal so anstehend kannst schauen. Auch schon relativ jung. Okay. Ja, also man hört da eigentlich durch das Band nur positive Stimmen raus. Absolut. Und ich finde es absolut so recht. Hey, weisst du, ich vergleiche den Film sehr, sehr gerne, also vielleicht wäre ich jetzt sagen, hä, aber ich vergleiche den Film von der Art her immer wieder sehr gerne mit, ähm, mit Gremlins 2. Weil beide Filme sind eigentlich pure Anarchie, ähm, weisst du, ja, die Geschichte ist praktisch nicht vorhanden, sie hat praktisch keine Handlung, es ist einfach ein abstrusen Moment, ein Act nach dem anderen, was stattfindet, weisst du, und, äh, und eigentlich der rote Faden, der sich durchzuhört, der ist fucking dünn. Der ist richtig, richtig dünn und eigentlich auch Bösheit irrelevant. Und wenn man so mit dem etwas anfangen kann, für die Leute, die wirklich so, ah, ich will mitfiebern mit Figuren und eine Heldereise oder Entwicklung oder irgend so etwas mitbekommen, der falsche Film, also, komplett der falsche Film. Wenn man aber wirklich Spass hat an, 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 gerade an, an Cameos, an, an seltsamen Figuren, ähm, an, an sehr abstrusem, morbidem zum Teil, auch Humor, ähm, dann, dann bist du da mega gut aufgekommen bei Mars Attacks, wie du dir mal meinen. Kohl, absolut, Das Design finde ich fantastisch vom ganzen Film. Mhm. Da wird gerade auch so die 60er-Look, wo viel vorkommt. Mhm. Es hat einfach so ein Charme und einfach so einen Fingerabdruck, so für mich. Mhm. Ja, ich finde, also, ich finde auch, so freim von der ganzen Art und Weise, von den Überlegungen in dem Film, von der Story von dem Film, das könnte eigentlich auch ein Film sein, wo Mel Brooks in den Sinn gekommen ist. Eben mit den ganzen Cameos, mit den, ähm, ein bisschen schräg zusammengefädelten Handlungssträngen, mit den mehreren Handlungssträngen, zum Teil, mit der nicht einmal wirklich vorhandenen Charakterentwicklung und irgendwie trotzdem bist du bei gewissen Charakteren recht drin und freust dich und gar nicht, dass du das sehst und wenn es nur ist, damit er oder sie den Kopf verliert. Total Wurst. Eben, die Anarchie, das haben wir ja auch vielmals in Mel Brooks Filmen, dass du irgendein Gefühl hast, ey, wieso machen die jetzt das? Das ist ja totaler Blödsinn. Oder, ja, oder Monty Python. Monty Python hat ja die Anarchie auch immer wieder in so Life of Brian, da checkst du zum Teil auch nicht, ey, wieso machen und wieso sind es dir so dumm und alles, aber das gehört halt dazu. Gibt es nicht mehr dazu zu sagen? Da hast du absolut recht. Ja, also eben dementsprechend ich glaube von uns allen einfach eine Sehempfehlung. Absolut. Ja, voll. Richtig langweilig. Ja, Schlimm. Aber vielleicht beim nächsten wird es schon ein bisschen tricky auch, könnte ich mir vorstellen. Mensch. Ja, weil ich würde mal behaupten, der nächste Film ist nicht für jeden Gemütszustand immer der förderlichste. Und zwar rede ich von Bringing Out the Dead aus dem 1999, erst gerade letztendlich in einer Jahrgangsfolge angeschnitten von mir, also einer meiner Lieblingsfilme von Martin Scorsese. Einer von den letzten Filmen, der tatsächlich noch auf Laserdisks rausgekommen ist. Spike, du weisst sicher, wer der andere Film war. ist? Oh, war es 1999, Episode 1. Nein, gib dir einen Tipp, der Regisseur wurde heute schon mal erwähnt. wurde. Oh. Ach, Scheisse. Es ist gemein. Matt Brooks habe ich ja jetzt gerade gesagt. nein. Aber der hat zu diesem Zeitpunkt keinen Film gemacht. Von Tim Burton, Sleepy Hollow. Sleepy Hollow und Bring the Dead sind die letzten zwei Filme, die auf Laserdisc rausgekommen sind. Ich habe nie einen Laserdisc Player gehabt. Kann ich. Also, weil er war, ich habe gedacht, es ist etwas, was dir Freude macht. Selbstverständlich macht mir das Freude. Mal, Scorsese sowieso aktuell in aller Munde, natürlich wegen Killers of the Flow Moon. Ein Buch geschrieben nach dem Buch von Joe Connolly ist geschrieben worden von Paul Schrader. Der hat auch schon für Scorsese Raging Bull oder Taxi Driver das Drei Buch geschrieben und ist eigentlich auf der Hand gelegen, wenn man überlegt, um was es geht in dem Film und wo er spielt, dass denen wieder der gleiche Drei Buchschreiber angehört wird. Das hat auch Scorsese genau so gesagt, weil es gibt niemanden, der New York so dreckig und so darstellt, auch im Drei Buch so rüberbringt wie er. Kamera ist bedient von Robert Richardson hat er so ziemlich bei jedem Tarantino Film, bei den letzten 4, 5, 6 hat er die Kamera gefeiert, aber auch noch andere Aviator hat er gemacht und so weiter. Also absolut ein Top-Kamera-Mann. Und in der Hauptrolle ich glaube, das ist kein grosses Geheimnis. Good old Nicolas Fuck you all Cage zusammen mit John Goodman ein tristes Leben als Sanitäter in New York in Hell's Kitchen hauptsächlich fiert und eigentlich jede Nacht unterwegs ist und von der Story her geht es eigentlich darum, dass die ganze Zeit einfach Leute wenn du die ganze Zeit noch Leute siehst wo du sterben um die rum und gerade Pechstrahlen die Figur von Nicolas Cage das einfach weil jeder stirbt wo sie zum Einsatz und das zieht sie einfach immer mehr an und er kommt dann in Wahn rein und genau es ist ein sehr depressiver sehr düsterer Film ist praktisch durchgehend bei Nacht der ganze Film und aufgehellt wird das Ganze nur durch die ganzen Neon Lichter und Zirenen Lichter von ihrem Auto und der ein oder andere coole Schauspieler nebenbei eine der Hauptrollen hat Patricia Arquette die zu diesem Zeitpunkt tatsächlich die Ehefrau war von Nicolas Cage Ehm Ehm Dwing Rames Ehm kennt man ja ja also Marcellus Wallace natürlich oder Conair wo er mit Nicolas Cage mitgespielt hat und so weiter und so fort Tom Sizemore hat eine Rolle Mark Anthony ja der Mark Anthony der mit JLo zusammen gewesen und ein paar wahnsinnig gute Latino Songs geschrieben hat ähm und diverse andere Leute ähm witzigerweise auch ein oder andere ähm so ähm die die Leute weißt die durch Funksachen durch gehen weißt du was ich ahne da ist zum Beispiel der Marcellus Casi selber mal der Funkspruch macht oder Queen Latifah und so weiter und so fort hat einfach jeder genommen der New Yorker ist um diese Sprüchdursagen zu machen und für mich eine der coolsten Figuren gespielt von Marybeth Hurd Nurse Constance die finde ich großartig in dem Film ähm das ist sie weißt du von der Notaufnahme ja eigentlich alle die kommen ja komm stirbt doch am besten gerade oder so völlig verbittert und ja komm du hast eine Überdosis Koks quasi drei Tage nicht anders als Koks und jetzt sollen wir dir helfen mit deinem Herz vielleicht bist du einfach selber schuld so wie diese Nummer yo New Yorker Film ist tatsächlich ich glaube wenn ich das nicht völlig falsch im Kopf habe hast du den einzigen Film von Scorsese der keine Oscar-Nominierung in irgendeiner Kategorie bekommen hat sonst steht praktisch jeder Filmfilm hat irgendwo einen Oscar gewonnen oder zumindest nominiert gewesen etc das ist eigentlich bei diesem Film nicht der Fall und ich kann das schon mal vorweg schicken ich verstand es überhaupt nicht weil für mich ist das definitiv ein von meinen Lieblingsfilmen von ihm er sieht das glaube ich glaube nicht ganz so er ist glaube ich ziemlich ziemlich angebiss gesehen das hat er sich auch vorher noch denken ähm von den Dreiarbeiten weil er ist halt immer Nacht gesehen es ist immer äh dunkel gesehen und sie haben glaube ich irgendwie im Dezember oder so und New York ist ja bekannt dafür wenn es heiß ist ist es unerträglich wenn es kalt ist ist es tödlich ähm ich glaube es muss recht grausig sehen sind die Dreiarbeiten ähm ja das haben wir hier dazu ähm die gute alte Nicolas Cage ist durch der hat auch gesagt fuck it ich mache mit ich will mir sogar einen easy Film machen ist mir eigentlich egal wie was wo und äh tatsächlich wäre die Rolle also zumindest hat Dreibach auch da hat eigentlich zuerst Edward Norton für die Rolle von Nicolas Cage ihm auch gehabt was ich tatsächlich auch mir könnte noch vorstellen für die Rolle gerade wenn man in seiner Rolle äh in äh Fight Club denkt oder wo man mit seiner Stofflosigkeit kämpft ist eigentlich fast ähnlich ja ähm aber klar mir wird etwa äh da gute alte Nicolas Cage stechen in meinem Herzen und ich glaube in unser aller Herzen Amen Jungs ihr habt beide den Film zum ersten Mal gesehen ja das kann man so bewusst sagen eigentlich gut ich weiss ich bin da im Kino geschaut damals ich bin völlig ich bin rausgekommen einfach nur so fuck 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 was hier klingt nein das ist schon nicht gerade so aber mir hat er geflasht mir hat er wirklich wirklich geflasht weil allein die ganzen Aufnahmen in den in den Strassen immer immer die die Close-Ups auch seine Augen in dem Licht und so und er sieht halt wirklich er sieht wirklich fertig aus Nicolas Cage das muss man wirklich sagen und er sieht heute eigentlich fitter aus als damals also vor über 20 Jahren in der Rolle wie ist schon wie hat er auch häufig gewirkt das nimmt sich echt wundern Spike hau mal raus äh absolutes gottverdammtes Meisterwerk authentisch bis am Bach runter ich glaube das sofort dass es extrem viele Notfallsanitäter gibt die so eine Ausbrändheit haben gerade in so einer speziellen Gegend inszeniert richtig stark die die Nacht die ständige Trostlosigkeit cool dann äh die ganzen immer wiederkehrenden Charaktere das hat mich an an so viele äh andere Regisseuren erinnert so wie äh was soll ich sagen äh zum Beispiel ja Tarantino möchte es nicht einmal sagen sondern mehr so etwas wie äh äh Noah Baumbach oder so äh einfach wirklich auch mit dem so ein bisschen die Ortschaften speziell machen speziell zeigen weil einfach die gleichen Leute immer an dem gleichen Ort sind ich habe alle Partner von Nicolas Cage sehr cool geschrieben gefunden jeder hat in der kürzesten Screamtime einfach äh ein Charakter dargestellt was er geblieben ist der extrem gottesfürchtige die Wing Reims der Tom Seismar werfe ich eben auf die Schnurre hauen also ich glaube er hat sich selber gespielt aber lassen wir das Thema äh John Coopman was was anscheisst äh im vierten Stock ohne Lift raufzäcklen ähm glaube ich ihm auch sofort und der Nick Cage der Nick Cage der Nick Cage mal weiter sein Leaving Las Vegas Gesicht aufgesetzt hat die Augen die hat er genau in Leaving Las Vegas gehabt was hat er da er konnte schlafen er konnte ständig soffen ok das ist der Cage wenn er einen Alkoholiker spielt wunderbar perfekt und er konnte über die Reit spielen so dergleichen Cage konnte rumcagen wie es noch der Cage cagen kann so äh nein richtig richtig cooler Film bin richtig froh haben wir den so schauen ich bin absolut begeistert davon riesen Film cool ah das freut mich sehr also cineastisch gesehen macht er Spass moralisch gesehen von den Gefühlen die er übermittelt nicht unbedingt aber cineastisch gesehen macht dieser Film einen riesen Spass sehe ich auch so ja hil deine Einschätzung also ich müsste nicht widersprechen ich gebe vom Spike vollkommen recht es ist also der Film selber ist trist er hat jetzt nicht irgend so wenn man dann lügt dass man dann am Schluss irgendwie aufgeheitert ist man muss ja wahrscheinlich auch den Moment haben also den richtigen Moment finden den Film zu schauen ich hatte gerade das Glück hatte ich hatte diesen Moment obwohl zwischendurch habe ich schon gemerkt er will er ziehen nicht arbeiten aber du merkst schon du bist schon recht gespannt darauf wenn du schaust er hat so eine Spannung auch und es es ist es ist es ist so ein viel gut Moment irgendwie wo du dann hast während dem lüge es ist wirklich ein fest mit dem düsteren mit dem cage face würde ich fast sagen wenn du auf lüge du wenn du wirklich durch rennt zähne für zähne und du meinst es ist völlig kaputt aber er ist noch kaputt und einfach das ganze Zeug mit Thematik selber halt es ist einfach es ist nicht ein Feind oder so in dem Sinn sondern es ist einfach eine scheisse Realität wo jemand einen Job hat und er machen muss wo es wirklich so gibt mit Fällen wo ich sage einfach drauf gesagt auf Menschen die Hilfe brauchen wo gerade in Lebensgefahr sind oder gerade im Moment müssen wir helfen und die Thematik dem Film einfach nochmal so den Eintopf gibt dass die Authentizität von dem Film gewaltig ist aber es ist nicht ein Film wo so eine grosse Explosion nicht so ein Film der raus sticht so das Gefühl also nicht viel reden so gross über den Film Nein ist es auch nicht irgendein so Top 10 kommt ist es nicht irgendein Film den so oft von dem hörst aber irgendwie finde ich das einfach zu fest untergeht für mehr dass es ein wahnsinnig guter Film ist das ist so da bin ich auch mega froh ist er als Haus vor gekommen übrigens an dieser Stelle der erste Film Mars Attacks ist vom Ioko Jusuf Insta wir kennen ihn er schreibt mit er Mars Attacks vorgeschlagen und er wurde gewählt von euch da draussen und Bring It Out ist wahrscheinlich keine Überraschung der Filmarchiv vorgeschlagen wurde und ich das auch mal davon hatte und er den nachgeholt hat und sagte Alter das ist mein neuer Liebling und so und ich so ja das ist richtig so der ist grossartig und ich kann mich nur euch zwei anstehen also für mir ist wirklich Bildspruch finde ich Wahnsinn in dem Film ich finde das Spiel ist grossartig auch wenn doch einige also ich sage bekannte Gesichter hat ist es nicht einfach so ein Schaulaufen wie zb Mars Attacks weisst also nicht einfach weisst warum wir nehmen jetzt noch den Schauspieler drin einfach dass auch noch drin ist dass es wirklich Leute die passen weisst was stimmt sogar Carla Spinoza als Krankenschwester von Scrubs hat mich im Hintergrund rumgewackelt sehr witzig finde ich das mir erst beim rewatch aufgefallen so ah shit die hat mir doch keine Chance die habe ich natürlich gerade erkannt aber damals hat man sie ja Logo da hat Scrubs noch nicht gegeben richtig nein und für mich wirklich absolut ein Film der viel viel mehr Aufmerksamkeit verdient hätte und ich hoffe doch schwer dass jetzt ganz viele Leute die uns hören und den sehen dass sie den schon nachgeholt haben oder das jetzt noch nachholen weil wir in diesen Hausaufgaben Folge nicht irgendwie gross spoilern oder so das die wir ja extra vermieden mit vielleicht noch mehr Lust bekommen den Film zu schauen nachher was ich auch noch sagen du hast vorher von Mark Anthony geredet ich habe den doch schon in ein paar Filmen gesehen ich finde so gut wie in dem Film er noch nie gesehen der hat eine richtig geile Performance abgeliefert er hat richtig schön genervt was er hätte sollen und irgendwie hast du es aber gleich abgekauft so dass der einfach so ist und nicht viel dafür kann ja ist es so ja ja und auch sonst ich meine die Leute in der Notaufnahme wie die total irgendwie so abgelebt mit den Leuten umgegangen sind und irgendwie eben eigentlich auch total überfordert sind aber es ist halt einfach ihr Job ihre Berufung in dem Sinn sogar und man muss es halt machen den Arzt auf dem Notfall den habe ich auch recht stark gefunden obwohl er übertrieben noch untertreiben gespielt hat mit der Mimik richtig überfordert ich muss jetzt halt ich habe gar keinen Platz ich will eigentlich gar nicht ich will jetzt irgendwie eigentlich liebte Heimhocker vor der Glotza mit meiner Katze sprechen aber hier wirklich richtig cool neben Spanduhr auch die Schauspieler die man nicht kennt auch die haben eine richtig geile Leistung abgelebert ist das so ja nein für mich wirklich absolut ich bleibe dabei einen von meinen liebsten Scorsisi Film und unter Markt verkauft auf all time was hat er dir jetzt für eine bewertung gegeben wir nehmen Letterbox von 0 bis 5 da kann man auch folgen wenn Lust haben was würdet er geben 1 bis 5 4 sterne ja spike ganz ehrlich sind die wirklich so 5 ist ok verstanden ja du ich bin also 4 4 5 5 würde ich nicht geben aus einem einfachen Grund es ist einer ich habe es jetzt gemerkt ich habe jetzt ein paar Jahre nicht gesehen es hat wieder richtig geil gewirkt ich habe nicht Lust nächste Woche wieder zu schauen auch wenn es so gut finde es gibt so Filme die ich mir gerne auf und darum ganz knapp dabei aber ganz ehrlich man wissen ja wie das ist Tagesabhängig oder Tagesform abhängig wenn es nächstes Mal schaue gibt 5 sterne also what the fuck aber ich finde das fantastisch von dem auch cool schon wieder ein ein meinig ist rei lang ja schon hey das habe ich vorher natürlich vergessen was hättet ihr bei massen text für bewertung gegeben stimmt 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 sorry max 4 ich glaube ich würde eher 3 halber geben 3 war das für mich so 3 ja ok ja ich bin bei einem 4 ja voilà also auch da sehen wir uns wieder sehr ähnlich ja ja bei mir vielleicht eher Luft nach oben weil er wirklich immer geht aber ich sage jetzt einmal 4 muss einmal realistisch sein alright ich bin aber ziemlich sicher dass beim letzten House of Gobe wo jetzt der Hill kann ein bisschen Hard Facts raus hauen dass dort wahrscheinlich die Meinungen mehr auseinander gehen als bei den ersten zweiten behaupte ich jetzt einfach vielleicht ihr auch das ist am grössten ja und ja also ich bin get out aus dem 17 mit Regie 3 buch John Peel auch Nope und Ass gemacht hat Ass gibt es übrigens auch eine Folge von uns ich glaube auch Hausauf von Folge ja wo wir es noch so uns gegen City gehen ganz genau genau ja wo es noch gegen City gehen das ist falsch ja aber nur wo wir zu zwei gewesen sind klassisch im Duett gesehen also schön gesehen Hensch ja ich finde so drei sind nicht bewertet das ist schuren anstrengend hast grundsätzlich schon so aber mit euch macht es Spass man trifft sich immer mit das ist so ja imd haben 7,8 also recht gute bewertung über 600 000 tippen also das ist nicht so eine kleine Dingsmangel die tippt hat Letterbox hat 4,2 und wir haben Schauspieler Daniel Kaluuya wird wahrscheinlich woanders ausgesprochen sein nein das ist glaube gut so Kaluuya mit 2 u Nein Bert Friede find absolut Kaluuya keine Ahnung macht es komplizierter als es spielt jedenfalls zu Chris hat Black Panther mit gespielt und auch wieder Nobe es ist also sehr viele Schauspieler draus sind eher unbekannt als unbekannt ich würde sagen nicht gerade so gross bekannte Filme viele haben noch nicht viele Filme gedreht ja gut also Caleb Landry Jones den wir sicher erwähnen Caleb Landry Ebing Ebbing Missouri und so weiter das ist so einer den müssen wir hart auf dem Schirm haben das ist ich habe Glück bei ihm und viele bekannte Filme sehen aber ihn selber so er ist oft sehr nebenroller er ist sehr hart nebenroller nebenroller das finde ich besser nebenroller als ich habe Roller und so natürlich was ist der Vorteil du kannst auch als Flammenwerfer brauchen jetzt hast du mich überzeugt ok zum blühen und um den dritten weg zu brennen oder was ganz ehrlich ich finde das da kommt wieder bei mir ein bisschen das ich habe irgendwie so müde damit du hast einen Achselroller und du hast schon irgendeine tausend Mal Schweiss damit abputzen und du hast keinen Körperkontakt Moment aber ein Deo benutzt man auch nach duschen wenn keine Schweiss an der Achsel ist oder wo sind wir da Moment für die französische Wäsche wenn du mal nach dem arbeiten schnell neben hin wo es nicht reicht und dann einfach das beste aus Situation machen da ist ein Deospray ok gut das verstanden aber ich benutze einfach ein Deo den ganzen Tag gebt schaust du nie die Werbungen die behaupten die sind 92 Stunden wirksam du bist du auch ab und zu an einem Tag mit 30 Grad auf der Baustelle den ganzen Tag nein aber ich bin an einem Tag 14 Stunden auf einem Filmset ja ist auch und mein Deo funktioniert es ist wirklich ich liebe mein Deo es ist so gut ich schmecke jetzt gerade schnell mal perfekt gut fairerweise ich kann noch nicht lang gerade baden ehrlich gesagt ist jetzt ein bisschen unfair jetzt habe ich daran gehört wieso ist eigentlich sobald jetzt bei dem Film angekommen sind wo Hill präsentieren wieso wir die über Deos reden keine Nummern fast wir mega normal unterwegs sind es ist wieder so blödlnummer ich ok Kenneth Landry Jones spielt Jeremy spielt der Bruder von Alison Williams wo Rose spielt also also Alice Bruce Rose spielt von Alison Williams kennt mir aus zu Perfektion einmal Erfolg gesehen für uns du Alex hat den Film geliebt geliebt der Wachswaffe und niemand züge das ist schon so das ist der einzige Film den ich singen kennt und auch sonst nicht wirklich so halt sie ist auch egal ich finde es geht ja nicht nur um einen Castor es geht um andere Sachen nö nö ich habe noch Bradley den Dean spielt Bradley Whitfield von der Cabine in den Woods und dann habe ich noch Catherine Kino Missy wo äh was habe ich auch nicht geschrieben das heisst gar nicht wo die mitgespielt hat das Ding gesehen ja being John Malkovich meinte die hat sie mitgemacht wo ich jetzt gerade weiss genau so ja und männlich 40 Jungfrau sucht das ist bekanntes gesicht die hat auch ganz viele nebenrollen überall mal Ritz gespielt ja absolut und ja was machen der Film um was geht Chris und Rose sind Liebespaar schmusen zusammen und haben sich gern und Rose will Chris vorstellen also ihren älteren und darum fahren sie ins nü irgendwo zu ihren älteren wo so ein ja was ist so ein farmhaus also es ist ein grosses Haus mitten im Wald ähm und äh die Spannung da ist halt auch Chris ist schwarz Rose ist weiss und das ist natürlich äh halt ungewiss auf diesem Trip wie ihre Eltern darauf reagieren und ähm familiären sind aber alle nicht rassistisch trotzdem ist das immer so ein Thema wie gesagt jederfalls hat Chris lernt die Familie von Rose kennen ähm ihre äh zudem auch ihre Haushälfer die schwarz sind also man sieht es geht ein bisschen ähm ähm Thema Rassismus hinein jedenfalls ähm lernt auch die Gemeinschaft kennen von der Familie die sich einmal im Jahr trifft auf ihm an was zum ähm so zu an denken von ihrem grossvater und traditionell und ähm Chris findet dann raus dass sich da ein seltsames abspielt auf dem A-Wasen auch mit den ganzen Leuten und sich da eigentlich auch eine lebensbedrohliche Situation begibt einschlittert sag es mal so wo man sich dann muss befreien und das ist so eine Zusammenfassung ist das schwer gewesen ich will da nicht so viel verraten nein würde ja nicht würde ja nicht doch schnell liegen wenn man es dann lügt so ah warte das ist doch das aber naja und wie gesagt ähm sehr auf sag ich es mal halt auf das Thema ähm wie sie Frau schwarze Mann äh wo da eingegangen wird obwohl es ist noch nicht gewann ein Horrorfilm ja genau und mit dem Thema gerade von Anfang halt recht ähm spielt und äh für mich auch so ein bisschen nachgelassen und sich so verliert was ich schon gefunden habe ähm sonst vom Film habe ich seit den Schauspielern ich habe es eigentlich so eingefunden also mir hatte ich den Daniel Kalu der Chris spielte das war der beste ich gefunden aber auch jetzt für mich so äh am meisten jetzt tue mit seiner Rolle ja klar das ist klar der lied das ist ganz klar der lied absolut ja hey und was man vielleicht hier kann wohl auch sagen oder ähm das ist ja so ein gross Durchbruch Film von John Peel wo vor allem so Stand-up Comedy gemacht hat oder die K&P Show hat es glaube geheißen und so weiter hey und ich meine der Film das kann man schon sagen das ist das ist im 2000 Jahr ausgerüst der riesen Pass ausgelöst also das ist wirklich so wow beste Horrorfilm seit ever oder von dem Jahrzehnt und Kritiken haben sich natürlich überworfen was 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 ich finde was man dem Film schon mal hoch anrechnen ist halt er macht etwas was die wirklich grossen Horrorfilme immer oder fast immer gemacht haben sie haben halt einfach immer noch eine sozialkritische Komponente drin das ist bei jedem grossen Horrorfilm fast weisst also ich denke mal ich weiss auch nicht du kannst eigentlich jeden Film fast aufzählen von den grossen von den Bekannten oder ähm aber ich finde er ist ein bisschen im Vergleich zur anderen ist er fast ein bisschen zu sehr jetzt kommt wieder ein toller englischer Ausdruck on the nose gesehen also weisst die Kritik die hier ist die ist so offensichtlich ich kann es halt gerne wenn es ein bisschen subtiler an mich war hier war nach drei Minuten klar in dem Moment wo er sie fragt hast du deinen Eltern überhaupt gesagt ich schwarz bin du hast klar ja voll und nein und das ist so ein bisschen das wo ich sage okay gut aber die Umsetzung ist schon geil finde ich also ich finde es auch sehr geil dreht ich sage nur alles was mit einem Löffel mit einem Kaffee oder Teelöffel basiert das ist schon immer sehr geil gemacht also das das erste Mal gesehen damals oh wow okay cool 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 ein Effekt der heute tausendfach kopiert ist in Horrorfilmen also erst gerade letztens wieder ein Boogeyman gesehen so ein bisschen die Technik ich weiss gar nicht wie man das nennt mit einer Kamera okay aber ich gebe du recht ich finde auch er gegen hinten raus tut er ein bisschen also Verzettel ist das Falsche aber also er verliert sich kann ich so ein bisschen das Thema gesehen und also ich habe auch gefunden gerade am Anfang hat es gewisse Szenen halt ist es kein Spoiler aber wenn der Kopf ohne driftigen Grund fragt ja ich möchte eine Idee das ist für mich so eine zu einfache Szene weil es ist der böse Kopf irgendwo irgendwo wo ich denke was macht das der Farbige da und es ist so ein bisschen zu einfach gesehen so ein bisschen für mich ja es ist halt zum Teil schon ein bisschen klischee behaftet aber man muss auch etwas sagen keiner von uns wohnt in den USA wohnt nicht in der Gegend und keiner von uns ist dunkelhütig und ich weiss nicht also ich habe so mit ein, zwei Leute die ich kenne oder die halt dunkelhütig sind da habe ich auch schon über den Film geredet und die nicht in den USA wohnen und ich sage ja also ich habe schon sehr viel aus dem Film habe ich selber schon erlebt oder gespürt natürlich nicht der Horrorelement dann klar aber von dem her finde ich immer schwierig da wird ja eigentlich gar nicht gross weisst du das kann ich nicht beurteilen also ich habe es auch nicht gemeint mit Dingen dass es jetzt übersteuert war also ich kenne auch die die Szene also die Szene eben so eben so die genau sozusagen den Umgang und es ist ja effektiv so in Amerika das habe ich auch schon oft mitbekommen dass wirklich dass wenn es eine Farbige in einer Gegend durchläuft vielleicht gerade zu einem Kollegen geht oder irgendwie vielleicht keine Ahnung einen Brief abgeben irgendwo und dann schauen die Leute dann auch fliegen ich an und sagen was machst du da wovon pisse dich weil sie effektiv sobald ein Schwarzer kommt dann einfach das Gefühl hat den Gogo klauen oder Drogen verticken das ist effektiv noch oft überall dort auch Leute die wirklich durchdrehen und drohe ich die Polizei und einfach denken der ist da durchgelaufen der hat nicht mal etwas gemacht also diese Situation gibt es schon sehr und für mich ist es einfach so gesehen in dem Film sind es für mich sehr bekannte Situationen wo vielleicht zu einfach für mich an die Sache herangehen habe ich einfach für mich gefunden ja man hätte es ein bisschen subtiler machen so meinst du ah jo ja ok wie hast du wahrgenommen Spike du hast noch gar nicht gross gesagt zu dem Film ja 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 also ich habe das sozialkritische wie du das schon gesprochen hast habe ich jetzt auch ein bisschen ich habe es ein bisschen plump gefunden weil tausendmal gehört ja wir sind in dieser Situation wir sind nicht schwarz wir sind verhältnismässig sehr privilegiert aber jo wer treibt mir am Schluss so Film in der breiten Masse und man will das nicht jedes Mal wieder unter die Nase greifen ich muss man jetzt wirklich nicht jedes Mal einfach so dermassen plump unter die Nase reiben lassen dass Leute die wissen wie ich es jetzt bin die vielleicht nichts dafür können einfach mal grundsätzlich Rassisten sind das ist ja nicht Aussage vom Film ja aber irgendwann könntest du das einfach mal langsam so interpretieren und ich fand es ein bisschen zu plump gefunden ich kann nichts gegen diese Thematik das darf man absolut auch heute noch bringen weil es ist auch heute noch nicht besser das ist so aber einfach dass nach drei Minuten wüsste meine Eltern dass ich schwarz bin du weisst dort schon um was es geht ja wo es denn darum geht die Hausangstädte ok es ist so klar in welche Richtung es geht interessiert es mich jetzt überhaupt noch wie das passiert ja doch es ist optisch recht ansprechend umgesetzt die Schauspieler ja bis jetzt gefallen sind mir optisch habe ich noch nicht viel gesehen ah Moment da kommt jetzt optisch einen coolen Effekt ah Moment das reisst jetzt gerade wieder raus jetzt bin ich wieder gespannt erhaltet einen schon wieder Stangen aber es hätte mehr sein es hat von gewissen Sachen weniger sein was mehr so wieder Stangen gehalten hätte das mit den Haustienern das ist so ein Punkt den hätte ich nicht haben wenn die nicht Angestellten waren sondern einfach ihre Kollegen oder die Nachbarn oder was auch immer das wäre subtil gewesen da wäre ich nicht sofort auf die Idee gekommen Moment läuft aber so so ist mir das relativ klein klar es eben weil er sich am Schluss auch noch verzettelt und nicht mehr ganz so konsequent ist dann wird es schwierig da dran zu bleiben ja muss allerdings noch sagen die Nebenstory mit mit dem besten kollege von ihm ja gross ich habe ihn zu grölen gefunden das ist eben der andere also das ist ja der John Peel oder nein nein das ist sorry das ist John Gilrel also mit dem zusammen hat er halt die Comedy Sachen gemacht oder ist das ernst also ich weiss von einem anderen der auch Comedy gemacht hat der auch einen dreifachen Namen hat Moment schnell und zwar ist das ah verdammt ich kann mich gut hören also das will gar nicht sagen aber ey ich kenne ich auch ein paar Comedy Sachen und er auch als Synchronsprecher ziemlich cool ah man darf ich noch einen kleinen Tipp abgeben an dieser Stelle wegen Daniel Kaluuya absolut ihr kennt doch Edward Norton schon Graham Norton schon weisst du immer die Promis auf dem Sofa sitzen bei dem englischen Graham Norton ja genau Daniel Kaluuya war dort und Jim motherfucking Carrie und es ist so geil war auch noch Margot Robbie das hat irgendwie durch Jim Carrey zu Margot Robbie gesagt hey ich finde es wirklich krass was für eine Karriere du gemacht hast in Hollywood trotz deiner offensichtlichen Schönheitsfehler die du hast oder Mankos weisst du als Gag weil sie so schön oder logisch hat sie eine Hollywood Karriere gemacht und dann hat sie total eine kurie so gut fand in dem letzten Film das ist so Wahnsinn also sie haben sogar inspiriert ein Lied zu schreiben für dich oh nein nein okay singst du jetzt vor und dann ist wirklich weisst also der Klassiker Halleluja dann hat er einfach Daniel Kaluja Daniel Kaluja Minutenlang das gesungen einer einer der besten Auftritte ever googlet also mal es ist Sau Graham Norton schon ist eh gross also es ist natürlich hardcore stundenlang auf YouTube und so es ist aber einfach einstudiert wie Sau das ist halt einfach das was ich finde so ja gut es ist einstudiert as fuck aber bei gewissen Sachen stimmt das Timing einfach so dermaßen wo auch Harrison Ford anhaut so hey Margot Robbie hat angefangen zu tätowieren und so weiss nicht bis sie dich mal tätowieren und sie so was ich würde es mega gerne machen es wäre mega geil wäre mega geil ja nein ich habe jetzt voll gemeint dass du das ernst meinst nennen sich Schauspieler aber Hunds fuhrt trocken einfach so geil so Zeug wenn das so bekommt wenn das auch einen eigenen Namen bekommt dann ist das unterhaltsam apropos unterhaltsam wir haben doch über Gerda auch geredet und eben ich kann so eine Sache sagen was ich nicht so cool finde aber alles in allem ich finde ihn schon sehr gut ich finde ihn nicht so krass gut wie noch gemacht wurde es ist kein 5 Sterne für mich aber es ist schon ein sehr hohen starker kritischer und cleverer Horrorfilm also definitiv kein typischer Blumhouse Film ist ja tatsächlich Blumhouse produziert und das ist eher einer der untypischen von Blumhouse das ist nicht so ein retorten Film und allein wegen dem habe ich noch mal einen halben Stern mehr gegeben in 4 glaube gegeben damals gesehen einfach nur schon weil hey sorry es ist einfach geil so Horrorfilm dass es die gibt weißt natürlich ist es nicht für mich persönlich Midsommar oder Hereditary oder oder gar nicht was ist der letzte Filmstern oder die alten Filme Wicker Man oder so Zeug aber für mich gehört in die Reihen von denen eben nicht 08 15 Horrorfilm wo mir durchaus auch Spass machen aber halt gleich rausstechen weil sie einfach eine andere Angehensweise haben technisch besser sind oder schauspielerisch oder cleverer sind oder wie auch immer und von dem her sticht er für mich schon raus also für mich vier Sterne was baut zu lang auf und dann ist schon ein kurzes Schluss für mich wo schnell alles viel basiert und das ist für mich so ein bisschen fast schon zu wenig gewesen ich weiss nicht im Ende Fakt ähm ja also für mich ist so ein Drei Sterne Film gut gefunden nur Drei Sterne ok krass ja also irgendwie ich muss wirklich sagen für mich jetzt für mehr hat es für mich jetzt nichts was ich gesagt das ist für mich unbedingt ein 4 Sterne Film oder so ich gut gefunden er ist ein eigener er schrieben wie gesagt er anders als andere Horror Filme ähm auch mit Thematik und schafft es macht ihn interessant aber irgendwie so im Gesamtbild wenn an so für mich am Schluss der grosse Umhau war nicht unbedingt für mich ok um 3 Stern Spike hey er hat einige Sachen daran die ich vorher schon kritisiert habe ich finde bei gewissen Sachen zu plump ich finde relativ vorhersehbar eben aufgrund von gewissen eher plumpeneinfällen also ich muss sagen ein zwei optische Effekte sind grossartig also gerade so in sich selber versinken habe ich sehr ansprechend gefunden optisch aber das ist halt das ist ein kleiner Teil vom Film den Kaluuya muss ich auch sagen grossen Respekt wie er das gespielt hat nur schon im Moment wo er verzweifelt seine riesen Augen öffnet und anfängt Teule das ist wirklich stark muss ich ihm absolut lassen aber hey insgesamt ich bin auch ich sage jetzt mal bei einem 3 mit Theorie ja mit Tendenz so 3 halb aber da ist jetzt auch wieder so ich habe null Bock auf Filme zweit zu schauen und das geht jetzt gerade wieder runter hätte ich jetzt etwas aus dem Gespräch mit euch noch etwas raus gezogen so oh fuck das macht so Sinn dann wäre die Tendenz nach oben gewesen es gäbe schon noch mehr aber wir sind ja relativ zurückhaltend in den Ausgaben Folgen ja auch schon mehr reingeredet aber irgendwie ich finde es funktioniert eben früher haben wir es so gerade haben wir wirklich komplett Farbeset oder Spoiler etc ich finde einfach wenn es 3 Filme sind das kann man nicht von jedem erwarten dass man immer alle 3 Filme gesehen hat und darum das ist der Grund du hast nicht alle 3 gesehen aber du hast auch gerne deine Meinung sagen in den sozialen Medien oder in den Kommentaren wenn wir etwas Neues posten aber wir wollen natürlich offen bleiben für die Leute sagen es nicht mir wundert was die sagen das ich sehe nicht da ist schon lange auf der Liste nicht mir zu Wunder genau ich kann mir vorstellen dass ich noch mal schaue nicht in 3-4 Jahren sondern vielleicht in den nächsten halben jahre noch mal schaue ich kann mir vorstellen dass sich die Tendenzen verbessern ja glaube ich kann ich mir schon vorstellen also verstehe nicht falsch von mir aus gesehen gerade für Leute die Horrorfilme gerne schauen absolut sehempfehlung weil wenn man mal schaut was sonst so ein Grütze in diesem Genre dann ist der wirklich solid gemacht er hat ein paar Punkte die mich nicht abgeholt haben und die für mich sogar ins negativen um geschwungen haben dementsprechend die Wertung aber es ist ein sehenswerter Film das ich überhaupt nicht anders sagen es ist ein Film wo sich jeder seine eigene Meinung darüber und dazu soll und darf bilden und ein sehempfehlung ist es von mir absolut es ist aber ein Film der polarisiert und vielleicht dem einen oder anderen viel besser gefällt und dem anderen weniger was ich noch zu sagen ist ich sagen es viele Leute aus dem Genre Horror die ihre Figuren haben und ihr Liebling ist das ein Film und ich sage es auch völlig für Leute die nicht Horror genre affin sind die Autonomal verbraucht sehr gut das könnte auch ein Einsteiger Horror Film schon fast sein das stimmt finde ich gut das beteint viel und das Gefühl hat so viele bewertungen und eine gute bewertung weil mit dem holst Leute ab die sonst nicht im Horror sind übrigens zu verdanken unseren geschätzten Kollegen vom Podcast Dream Away die haben den vorgeschlagen und der ist dann gewählt worden yes und an der Stelle wollte ich auch ganz kurz Dank aussprechen an alle anderen die haben wirklich 20 Filme zur Auswahl oder mehr als 20 Filme und die drei haben einfach die meisten Stimmen bekommen mit Abstand sogar das Mal war sehr klar für einmal das letzte Mal war ganz knapp da haben wir entschieden wir lieber den als der weil viel stimmen aber der ist ein bisschen spannender weil drei verschiedene Genres zum Beispiel ich freue mich schon auf die nächste Hausaufgaben weil mir macht das richtig lau und das war ein wenig spannender für mich ich habe mich gefreut weil ich alle drei Filme sehr gut finde aber alle schon gesehen habe ich hoffe dass nächste Woche wieder das nächste Mal wenn wir das ist wie bei euch jetzt so solche Filme haben ich hoffe sogar dass solche Filme kommen auf einer privaten watchlist oder so sind und man schon lange vor sich hanschiebt und immer wieder denkt ich habe ja beraten aber heute habe ich keinen Bock auf den so Filme hoffe ich immer was habt ihr für hoffnungen die nächsten irgendetwas wo ich nicht dran kommen weil ich so nicht zu irgendein Geheimtipp was aus einem Land kommt oder vielleicht aus einer Genre wo man gar nichts sagt und man sagt das muss man schauen egal was das ist aber das haut einen um irgendein so Sinn macht Sinn ich finde wieder so eine Diversität sehr schön wir haben jetzt drei komplett unterschiedliche Filme vom Genre her ich finde gut wenn sie gewisse Niveau haben also auch technisch Niveau nicht so wie wir es letztes Mal hatten und wenn Nicolas Cage Film drunter ist den ich noch nicht gesehen habe dann bin ich auch nicht unglücklich vielleicht auch mal so einen alten Film wo irgendein Schauspieler den man mittlerweile mega kennt seinen ersten Auftritt hat aber das wäre auch mal spannend spannend mhm mhm man werben seht es wird spannend es bleibt spannend auf jeden fall herzlichen dank einmal mehr an alle die mitgemacht haben an euch jetzt natürlich fürs zuhören und ja ich muss sagen freuen wir uns auf die nächste Folge oder wohl ich bin schon heiß wenn du irgendetwas wichtiges was loswerden oder so ag 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 schlecht 5 Stern für uns ah ja das ist noch nett ja sorry musst du mir immer noch schwärzen ich habe doch auch gesagt aber die hat man nicht so gut verstanden Janu vielen herzlichen dank und bis zum nächsten mal tschau tschau tschau